So Leute, wir sind wieder da in der Kolonie hier und wir gehen erstmal zu dem Händler, um einen Platz zu machen, bevor wir dann die Hope Mission weiterverfüllen. The Magic of Humany heißt es jetzt. So, wir müssen die Dings austauschen, so, Repair, Restock, so, dann können wir doch jetzt die Hülle tauschen, wir hatten doch hier eine Hülle, oder haben wir die schon eingebaut, die haben wir schon angebaut, ja, gut, bedeutet, wir werden jetzt hier mal schauen, Shop, die Kniffte hier verkaufen, 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 closing, dass man Battery behalten war, das nehmen wir alles mit in die Base irgendwann mal, Small Arms, Box of Handguns, Schmuggelware, Handfeuerwaffen, Scrap und Nano Injector, die behalten wir, genau, gut, hat du noch etwas zu verkaufen hier, etwas cooles? Oh, hier, das können wir noch nehmen, Recharge Booster, der macht ein bisschen mehr Speed Gain, Recharge Speed, kaufen wir, buy and equip, buy, move current to cargo, buy and sell, das aktuelle wieder verkaufen, genau. So, der hier macht 87, 38 auf 19, 19, dann nehmen wir den ja mit hier, 15er, verkaufen den hier, den alten 15er, verkaufen, den 19er, verkaufen, jetzt haben wir den 15er erstmal hier, genau. Was ist das nochmal? Ein Ammo Breaker Missile. Können wir ja, ah, das ist so teuer, wir müssen sparen. Ne, wir nehmen uns die mal mit, scheiß drauf. Gut, raus hier. Leute, raus hier. Jetzt wollen wir mal gucken hier. Hier oben. Ich blende mich wieder aus. Hier, alles mit Nudeln irgendwie zu tun hier, ich weiß auch nicht warum. Der benutzt irgendwie Lieferdrohnen auch als Schmuggeldrohnen für irgendein Kram. Okay, der Jeep ist weg hier, ist geschlossen, was haben wir denn hier noch für? Oder Terminal. Nudeln. Ah ja, also. Ich hab jetzt das mit die Drogene. Ich habe mir gerade gesagt, das ist einあっzeiginn. um diesen Mann zu erreichen, der nicht will, dass er erreicht wird. Da ist eine andere Drohne! Wo war denn das denn? Er öffnet sich aber nicht für uns. Da können wir rein. Der Ideenreichtum ist generell, generell. Power Socket? Ja, wo haben wir Power-Batteries? Wir schützen die Loot-Kiste. Okay, jetzt kommen wir hier hinten wieder raus. Jetzt sind wir hier einmal irgendwie drum herum geflogen. Geht das Kapuzelspiele wieder los? Race Gate. Ah, cool. Hier ist ein Terminal. Was machen wir da? Ist irgendwo da drin? Wollen wir mal in E-Mission? Scheiße, Alter. Wie kommen wir jetzt da rein? Open the War, das ist eine Neben-Mission. Ja, machen wir irgendwann. Wir kommen hier nicht rein, Leute. Oder warten wir, bis hier eine Drohne rauskommt? Oder was? Oder was? Beziehungsweise wieder reinfliegt? Muss aber wahrscheinlich. Hier kommt so eine Drohne. Wenn die jetzt hier reinfliegt, folgen wir der oder was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der Maddox. Der vorherige Keep up with Maddox-Nudelverkäufer. Die haben den Code zum Öffnen der Gates in sich Bist du noch dabei? Wo bist du? Wo ist jetzt die eine? Kaputt oder was? Müssen wir aufpassen oder ist sie schon nach vorne oder so? Ah, die ist da, ok. Escape from the storage depot, machen wir ja. Das ist die Magik von der Humanität. Was ist das? 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 Wir zerlegen hier die ganze Gude. Wir zerlegen hier die ganze Gude. Noch was? Oh ja Jetzt machen wir hier mal das Ding rein Ne, brauchen wir nicht So, da ist dahinten der Satan, hier ist doch alles voll mit Feinden, ey Und das Drohnen Und versuchen die uns, können wir jetzt saven Versuchen die nochmal aufzuräumen Um mal zu leveln, ey Gibt's nicht, ne? Die sind zack Wir brauchen doch keine Energie, ey Was ist das? Damage-Muster, die testen wir jetzt mal aus Was ist das? Was ist das? Drohnen-Carrier wieder hier Lässt natürlich 30 Sekunden immer wieder welche raus Was ist das? XP Leute Dark Matter Cool Nice Leute So, was haben wir hier noch? Nano Injectors Auf zu Maddox, wo bist du? Satan Boah, hier ist ja nochmal alles voll Das muss der Mann sein, geh hol ihn Äh, wer bist du wieder? Wie geht es darum, deine Strategie zu verändern Boah, war keine Chance Lange nicht gestorben, Alter Diese Sniper Drohnen Weißt du mal nicht welche Reihenfolge du nehmen sollst, ey Muss da echt ein bisschen taktisch rangehen Boah, jetzt steht das Ding nochmal, Leute Zerlegen wir jetzt nochmal kurz Nice, dann müssen wir das Ding noch retten hier Das Ding noch mal Das war noch schnell zerlegt mit unserem Boni da oben, er geht noch 10 Sekunden. Sehr gut, und jetzt nochmal ran an die Mutti hier. Reds haben wir hier noch irgendwo. Brauchen wir auf, wenn wir irgendwann mal hier ein Schiff kaufen wollen. Machen wir auch demnächst. So, wo ist der Satan? Da, so. Auf, wer neu ist, Leute. Müssen wir jetzt nochmal safen, ne? Boah, da machen wir was Böses dabei, ey. Müssen reinfliegen, dass wir in Waffenrange kommen. Da, die Sniperdrohnen müssen weg. Die erste haben wir. Die nächste. Oh, da kommt irgendwas schießt die Raketen ab. Das war mal. Das war mal. Oh, Alter. Was schießt denn hier Drohnen ab, ey? Da. Alter. Keine Chance, ey. Ich weiß noch nicht welches das von den beiden ist, ne? Tja, nützt ja nix. So, nochmal ran an die Bulete hier. Also als erstes holen wir uns wieder die Sniperdrohne. Das hier ist das Teil. So, das Ding haben wir auch. Jetzt müssen wir uns irgendwie reparieren. Warte. Nanos, ey. Wir wollen die Usen. Ähm. Machen wir nicht den Großen noch? Jaja. Alter, was zur Hölle? Ah, was zur Hölle? Ich weiß. Aber wo ist die Veränderung? Ich weiß. Warte. Das geht uns. Jetzt haben wir ein ganzes Arsenal verschossen, ey. Lass mal Repairn hier irgendwie. Jetzt! Aktiviertes Unlimited Boosting. Deaktiviertes Geräte. Maddox, hör! Ich weiß nicht, wie es dir klarer zu machen. Ich schaue deinen Typ. Tanks hat mich gefragt, dich zu finden. Schrapp, er hat ihn verloren. Das ist ein normales Fahren. Nee. Alter, ich kann nicht schneller. Oh, das ist doch nervig. Ich versuche alles, Leute. Aber wir kommen nicht rein. Da ist er! Maddox, stopp! Hive, überklage meine Boosts. Jetzt! Aktiviertes Unlimited Boosting. Deaktiviertes Geräte. Maddox, hör! Ich weiß nicht, wie es dir klarer zu machen. Ich weiß nicht, ich bin dein Typ. Tanks fragt mich, dich zu finden. Das ist die Wahrheit. Dann, was ist das Kodewerde? Ich weiß nicht, dass er stirbt, bevor er mich kam. Er ist tot? Du hast ihn verletzt, nicht wahr? Nein, du schrapp! Lawson! Wieder vorbei. Oh, jetzt habe ich glaube ich falsch geladen, oder? Das ist die Kontrollerquälerei. Das ist drücken. Maddox, stopp! Hive, überklage meine Boosts. Jetzt! Aktiviertes Unlimited Boosting. Deaktiviertes Geräte. Maddox, hör! Ich weiß nicht, wie ich es nicht klarer mache. Ich weiß nicht, wie ich es nicht machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Der Tanks fragt mich, dich zu finden. Es ist die Wahrheit. Was ist das Kodewerde? Ich weiß nicht, wie er stirbt, bevor er mir sagen konnte. Er ist tot. Du hast ihn verletzt, nicht wahr? Scrap, er verloren hat. Boost Drive, Jump Drive. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade nicht, Leute. Wir müssen noch mal kurz in die Settings gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt, was ich nicht weiß. Da er ist! Maddox! Stopp! Options. Input. Pitchen. Ja, wir brauchen aber Trust Forward, ist klar. Strafe. Boost Hold Shift. Mach mal das jetzt mit Dings. Mach mal das jetzt mit Shift. Maddox, hör! Ich weiß nicht, wie ich es dir klarer mache. Ich habe deinen Typ. Dax fragte mich, dich zu finden. Es ist die Wahrheit. Was ist das Kodewerde? Ich weiß nicht, er stirbt, bevor er mir sagen konnte. Er ist tot. Du hast ihn getötet. Schrapp, ich habe ihn verloren. Tja Leute, ich habe keine Ahnung. Als erstes holen wir uns wieder die Sniper Drohne. Das hier ist das Teil. Das hier ist das Teil. Das hier ist der Teil. Ja, ich kann das nicht unternehmen. Das hier ist der Teil. So, das Ding haben wir auch. Jetzt müssen wir uns irgendwie reparieren. Warte! Nanos ey! Wir wollen die Usen! Ähm... Machen wir nicht den Großen noch? Jaja... Alter, was zur Hölle? Warte! 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 Aktiviert! Unlimited Boosting! Deaktiviert! Maddox, hör! Warte! 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 D Alter, ich kann nicht schneller. Oh, das ist doch nervig. Okay, Leute, hier bin ich nochmal. Ich bin zurückgeflogen, wir haben es nicht geschafft. Wir sind zu langsam, glaube ich. Wir haben hier 90 Meter die Sekunde mit dem Schiff. Wir sind jetzt zurück in dieser Siedlung, diesem Orbit-Kolonie. Und ich muss zurück, da wo wir damals das Schiff gekauft haben, in der Hoffnung, dass wir etwas schnelleres wie 90 Meter pro Sekunde kriegen. Sonst kommst du da nicht ran. Kleine Chance. Ich habe ein kleines neues Schiff gekauft. Ist gerade ein bisschen sonnig hier. Sorry. Neues Schiff gekauft, das ist 10 Meter pro Sekunde schneller. Mehr gab es nicht auf dieser Kolonialstation. Also ich musste nicht mal zu dem alten Platz hin. Dafür natürlich um einiges schwächer und hat auch hier ein paar Slots weniger. Aber das soll jetzt erstmal nur für die Flucht sein. Und ich hoffe, dass das damit auch funktioniert. Ansonsten müssen wir nochmal nach einem anderen Schiff vorschauen. Das einmal war leider zu langsam, ich habe es gesehen. Also versuchen wir es, Leute. Viel Spaß. Gehen wir schon wieder Gesellschaft hier, oder was? Ansonsten verpisst euch endlich. Wir hören hier die Hauptmission mal. Wo denn? Wer snipert hier auf mich? Wo denn? Da? Ich komme jetzt hier gut ran. Der ist jetzt echt ein bisschen schneller hier, das Teil. Die sind halt nicht stabil. So Leute, versuchen wir es nochmal. Drückt die Daumen. Jetzt tauchen hier schon die überfeinden auf. Das Ding ist echt nicht stabil, es hält nichts aus. Ich glaube, jetzt sind wir schnell genug. Ja. Mit dem Schiff klappt es. Dachs? Dachs asked me to find you. Das ist die Wahrheit. Dann ist das Worte. Was ist der Worte? Ich weiß nicht, er hat das Dief getan, bevor er hat mir gesagt. Er ist tot? Du hattest ihn, nicht du? Nein, du hast mich gemacht. Ich bin auf eure Seite. Boah, wir dürfen ihn nicht verlieren, ich weiß nicht wo lang, dann. Ein bisschen Druck hier wieder. Boah, jetzt fordern die Outdoor Base, ey. Boah, das ist verdammt. Was haben diese Leute sogar von dir zu retten? Ich bin unter der Schutz von Mr. Kato. Lass ihn eine Lange, habe ich Hilfe. Wie einfach so. Ich dachte, du hast einfach alles für ihn gelegt. Vielleicht mache ich das. Und vielleicht ist er wirklich mein Arbeit. Du kannst das wieder sagen. Was ist der Weg? Was ist der Weg? Wie ist das? Was ist der Weg? Wir haben einen Ball auf dem Angriff. Was ist der Weg? Ich bin aber nicht einig, was ich? Welche Angriff? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe ihn verloren. Die VCM-Brushers. Okay, müssen wir nochmal fighten hier. Oh, wir haben Unterstützung bekommen. Boah, wir müssen ihn weg. Ich bin vielleicht schon wieder tot hier. Können wir jetzt nicht hier diesen Geschützturm ausprobieren? Equipen. Woher hast du mich gefunden? Ich sagte, ich würde dich erst kenne. Ich bin unter deinem Sink. Ich habe meine Gedanken und weniger trinken gemacht und habe entschieden, dass die Aktion der beste Kurs war. Ach, jeder, den wir gerettet haben, der ist da. Ich würde das Ding jetzt hier mal hinstellen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Jetzt nochmal testen hier. Ah, du musst den logischerweise da hinschießen. Dann ballert der mit. Ich habe mich wieder verloren. Was Mann? Maddox, wie ich schon gesagt habe. Du sagst, er hat für Mr. Kato gearbeitet. Nicht, dass er sein Prizes Goose war. Er ist? Wow, ich wusste nicht. Dann glaube ich, der einzige Weg, um ihn zu kommen, ist durch den großen Mann selbst. Natürlich, er könnte nicht zu glücklich sein, dass wir ein paar von seinen Squaden zerbrochen haben. Ah, keine Angst. Er sind nur Low-Level-Flunkies, expendable. Ich bin gut mit Mr. Kato. Sind Sie sicher, dass das hier passiert? Ja, komm mal. Lass uns den Boss sehen. Go to the Kato Palace and talk to Mr. Kato. Das ist dann wieder in der Siedlung. Freunde, haben wir es erstmal geschaffen. Ich loote hier jetzt noch ein bisschen Zeug. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wir müssen wieder ein anderes Schiff kaufen. Ich hoffe, durch Verkauf und so, Neukauf, kriegen wir wieder Geld. Also, bis dahin. Ciao.